aber ich habe keine ahnung wir gucken uns einfach mal hier fröhlich munter um da gibt es ein abenteurer ist ein bisschen tot ich sehe da schon feinde guten tag kultisten somit zum thema dorfbewohner sollte es hier nicht geben sieht man ja da hat ja gut geklappt mit dem dorfbewohner sollte es hier nicht geben was haben wir denn hier ein anzünder ein langer stock zum anzünden von kerzen drachen blutrezepte tränke und tinkturen großartig sonst haben wir nicht so viel okay gut dann kann ich wieder gehen auf dem tisch liegt jetzt auch kein buch dann kann ich alles woanders hin zum beispiel so schräg gegenüber haben wir nämlich auch nochmal durchgang ich glaube wir werden hier so ein bisschen länger anwesend sein was ist das südöstliche kammern aha überwiegend ist ja alles relativ ruhig im moment kannst du das aufschließen wie sie so unschuldig kichert süß guten tag glaubt ihr einige davon kann man auch lesen also du nicht alte verschlüsselte schriftrollen diese pergament rollen sind so alt dass sie beinahe schon durchsichtig sind auf ihnen stehen seltsamer scheinbar bedeutungslose schriftzeichen wenn sich wohl dafür interessiert vergessene verse ein buch halte texte schriftrolle von banner store das brauchen wir sowieso ein paar quest aktualisiert ähm wie viele davon haben wir denn jetzt müsste ich glaube ich hier gucken plot gegenstände schriftrolle von banner store eine bräuchten wir noch von irgendwo eine kiste okay mehr haben wir hier in der ecke zumindest nicht dann können wir den großen hauptweg weitergehen glaube ich haben wir ein paar kultisten hier damit es aber nicht langweilig wird trauen sie sich ernsthaft hier in jemanden der in den königsrüstung hier rumläuft zu greifen also wirklich ich habe immer meteoritenschwert aber die meteoritenschwert sind da eigentlich ähm ja das sind sockel den die ich dann irgendwie mal ausfüllen könnte ich glaube auch ich habe beim zwerg als ich den ausstatten wollte immer die falsche taste gedrückt ich halte das durchaus für möglich ich bin so bescheuert weil wenn du hier c drückst dann hast du diese übersicht die wir auch beim zwerg hatten und i hast halt das inventar richtig ja und ich glaube ich habe immer c gedrückt ja ich glaube ich habe diesen fehler wahrscheinlich können wir den zwerg schon ordentlich ausstatten ich habe es noch nicht getan so alles mitnehmen alles meins alles toll alles fein oh gott die haben ja auch so ein pronto wow geht es noch so drauf da drauf da sehr schön so looten tun wir auf dem rückweg wir müssen hier eh später nochmal raus ja mal gucken was wir sonst so haben eine falle wenn ich voll reingetappt bin aber sowas von reingetappt so ihr dürft sterben bitte danke okay was haben wir denn hier erstmal alles untersuchen hier bevor wir weiter kämpfen können die anderen auch mal was machen hier ja gesellen verlangsamen ohne chance bewilligungsgeschwindigkeit zu verringern ist eigentlich mir relativ egal so alte texte schriftrolle vom banner store damit haben wir eine quest aktualisiert die wir abgeben können zur gemeinschaft der maria müssen wir da zurück zur gemeinschaft der maria müssen wir da zurück so okay wird erledigt auch wie viele feinde sind denn hier guten tag ich hab mal die tür zu gemacht ne muss ja keiner hier sehen was ich mit ihr mache so da haben wir auch dann gleich eine kiste jetzt gucken wir uns gleich an so einmal müssen wir Liliana helfen geht er so nicht so billigkult ist denn hier also wirklich geht doch so dann durchsuchen wir mal eben schnell hier alle gemächer nach keksen kriegen schwachen geist dabei sein ja lecker hier haben wir Dinger guten tag was wollt ihr denn okay das wollt ihr ist okay so ich bräuchte wieder ein heal das gibt's ja nicht ja ist gut hier geh mal auf den magier ist noch deine spezialität habe ich gehört heiliges zerschmettern auf ihn auf ihn wow auf den wow okay so so was haben wir hier aha was haben wir hier Chasent Beutel mit 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 ein unfassbar starker Honiglikör der warme Sommertage und Apfelblüten im Wind erinnert aber der Nachgeschmack lässt eher an Väter denken die in den Krieg ziehen und niemals zurückkehren bitter um es milde auszudrücken ok ok was haben wir noch eine weitere Kiste Schlüsse zu südöstlichen kann man super dann können wir da nochmal zurückgehen deswegen mag ich manchmal halt solche RPGs hier weißt du wo sich halt umgucken wirklich lohnt was halt in vielen Spielen manchmal halt auch wirklich umgucken nicht sich lohnt ne ja ich weiß ich habe bereits Spiele gespielt wo ich mich zu wenig umgeguckt habe wir fangen gar nicht erst von The Witcher 2 an wo ich mich fast gar nicht umgeguckt habe und sehr sehr zügig eigentlich nur den Hauptquass gemacht habe und eigentlich sonst nix ne das dachten wir mal gar nicht wieso habe ich denn jetzt hier hinten unten wieder Feinde gibt es ja nicht ich überlege auch schon ob ich tatsächlich irgendwie mal hier Taktik Dingens jetzt hier mache ja dass halt dann die KI weiß was er dann mit ihren Charakteren hier alternativ mal machen soll weil da ist ja inzwischen so das eine oder andere jetzt hinzugekommen an neuen Fähigkeiten die sie ja eigentlich zu wenig nutzen weil wegen ist so und so ne sollte ich vielleicht tatsächlich mal drüber gucken in so einer ruhigen Minute wenn wir im Lager sind oder so ne könnte man ja mal machen so so haben die noch was gedruppt hier hier ein bisschen was Flussspart aha hier ein bisschen was so dann öffnen wir mal da hinten die Tür die hier abgeschlossen war so was haben wir denn hier meine Kiste Schlüssel zur Haupthalle aha was es nicht alles gibt zwei verschlossene Schlüssen äh verschlossene Truhen Streitkolben aha Schlügelkappe aha Schlüsse zur Haupthalle ich glaube den brauchen wir wahrscheinlich sogar zwingend ich habe keine Ahnung aber mal gucken und optimistisch bleiben erstmal gehen wir hier lang ne mal schauen wo wir da rauskommen ein getöteter Ritter Rüstung der Gewissenhaftigkeit ist unnötig aber ich nehme es mal mit ne gut warte da geht es doch noch weiter laut Karte haben wir hier was aber ich glaube da kommen wir irgendwann von einer anderen Seite vielleicht daher bin mir aber auch nicht ganz sicher na gut dann gehen wir halt weiter Richtung Haupthalle also von dem ich glaube es ist eine Haupthalle hm also eigentlich geradeaus hier aha diese Tür war voll verschlossen okay wir haben alles richtig gemacht guten Tag drauf da drauf da drauf da drauf da oh Gott wie kommt mir jetzt hier die Abscheulichkeit hierher so Aschegeist Entschuldigung meinetwegen auch das und geh du mal auf den hinter bitte okay der hat hinüber aber dafür braucht man wahrscheinlich den Anzündstab da ne kann das sein so wir haben es auf jeden Fall soweit gesäubert ich gucke jetzt hier nochmal links und rechts was wir hier haben hier haben wir einmal ganz viel nix haben wir nochmal ein bisschen Loot der tut gut und Feuerkristall ok dann entzünden wir mal hier das Zeug das heilige Feuer wow es brennt kann der mir noch was machen? nein nimm gut ok keine Fallen ok doch fallen aber die hat Leleana nicht gesehen weil sie noch nicht hier war verdammt ok Leleana äh die laufen noch gleich da durch so und geh mal da rein das hat das schon ausgelöst ok noch irgendwo was da hinten ist noch einer hier gibt alles erfahrungspunkte gibt alles erfahrungspunkte haben und nicht haben natürlich haben so ok würd sagen aufgeräumt Loot Loot bei einer kommt die kalte Wut und ich sammle den Loot ich hab mal furchtbare Antwort rein ne furchtbar was haben wir denn hier vorhin es erspeichert schon wieder guten Tag herr von unserer Aschegeist freut mich dass sie uns einen Besuch abstatten hier legen sie sich bitte zu so gut vielen Dank ok gehts hier gleich links und rechts lang ich weiß gar nicht wohin zuerst ach er macht doch heiliges zerschmettern von selbst ok gut das wusste ich nicht ich dachte das muss ich tatsächlich irgendwie erst einstellen über irgendwas ich mein bei Morrigan habe ich zum Beispiel halt noch nicht gesehen dass sie irgendwie mal willkürlich Inferno einsetzt oder so das heilige Licht es wird uns läutern oder halt auch nicht deswegen stehe ich hier im Licht gib mir hier lang